Die Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt bekommt berühmte Unterstützung. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg sowie die Handwerkskammer Magdeburg präsentierten im Rahmen des Bund-Länder-Projektes Bildungsketten die ersten Busse, die durch ihre auffällige Gestaltung Werbung für die Suchplattform hallo-beruf.de machen. Das Besondere der Social-Media-Star und DJ Justin Prince ist auf den Motiven mit berufstypischen Utensilien zu sehen. In ganz Sachsen-Anhalt fahren zehn Busse mit den Aufklebern, davon insgesamt fünf in Magdeburg, in der Altmark, in der Börde und im Jerichor-Land. Auf der landesweiten Plattform hallo-beruf.de werden Praktika und Lehrstellenangebote gebündelt dargestellt. Zusätzlich erhalten die Nutzer Hinweise zu Veranstaltungen. Derzeit listet die Suchplattform bereits knapp 2000 freie Praktikums- und Ausbildungsplätze. Das Projekt Bildungsketten wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die zentrale Suchplattform als ein Teilprojekt wurde von den vier gewerblichen Kammern in Sachsen-Anhalt realisiert.